liebe zuschauer ich begrüße sie alle auf dem kanal ich bin wieder mit einem wundervollen video hier ein weiteres wundervolles video kam von halil ibrahim jehan und sila türkoglu die jeder liebt und mag vergessen sie nicht meinen kanal für videos von sila türkoglu und halil ibrahim jehan zu abonnieren unterstützen sie uns und teilen sie uns ihre gedanken über das duo in den kommentaren mit abschnitt kommen wir nun zu unserem video in einem herzerwärmenden zeichen der einigkeit und aufrichtigkeit meldete sich die familie des türkischen schauspielers halil ibrahim jehan um ihrer partnerin türkoglu ihre unterstützung auszudrücken diese geste bekräftigte nicht nur die stärke der bindung zwischen dem paar sondern betonte auch wie wichtig die zustimmung der familie in ihrer beziehung ist wobei akzeptanz und unterstützung durch die familie des partners eine entscheidende rolle für die dynamik der beziehung spielen können in diesem fall drückt die unterstützung der familie von halil ibrahim jehan und sila türkoglu viel über die realität der bindung zwischen ihnen und die aufrichtige nähe zwischen dem paar und jehans angehörigen aus fans des paares und die öffentlichkeit feierten diesen schritt als einen herzerwärmenden beweis für die stärke der beziehung zwischen ila türkoglu und halil ibrahim jehan in einer welt die häufig von den medien und meinungen hinterfragt wird erinnern uns solche akzeptanz und unterstützungsbekundungen an die bedeutung von liebe akzeptanz und einheit ohne starke beziehungen aufzubauen während sila türkoglu und halil ibrahim jehan ihre gemeinsame reise fortsetzen verleiht die unterstützung ihrer familien ihrer liebesgeschichte eine zusätzliche ebene von originalität und tiefe wir möchten sie daran erinnern dass liebe nicht nur zwei menschen betrifft sondern auch die bande die zwischen familien entstehen und die gemeinsamen verbindungen die sie miteinander verbinden vielen dank dass sie sich unser video angesehen haben wir freuen uns sie in neuen videos zu sehen auf wiedersehen